Was ist mir wirklich wichtig, ist wahrscheinlich das Standardamt, woran jeder denkt, besonders jetzt in Zeiten von Corona, ist natürlich die Gesundheit der Familie oder nicht mal nur der Familie, sondern auch vielleicht Freundinnen oder Freunde, also generell der Personen im näheren Umfeld. Ich denke da immer meistens an meine Schwester, die hat eine chronische Lungenkrankheit und dann Corona natürlich dazu, ist natürlich schwierig. Und dann ist mir natürlich besonders wichtig, dass es ihr gut geht, beziehungsweise generell meiner Familie und dann eben auch die Zeit, die ich mit meiner Familie verbringen kann. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.